verhaftet, als er noch keinen festen Fuß im Leben hatte, verhört, als er noch keine eigene Stimme hatte, nach über zwei Jahrzehnten dann die unfassbare Wende. Heute schauen wir uns den unglaublichen, aber nicht seltenen Fall von Daniel Viejas an. Nicht zu vergessen, Hallöchen an alle, die zum ersten Mal hier sind. Ich freue mich über jedes einzelne Abo, sollte euch meine Arbeit gefallen. An meine Zuschauer, die mich immer fleißig schauen und noch fleißiger unterstützen. Für euch sollten Rosen vom Himmel fallen und Schokolade. Und eure Wäsche sollte fertig duftend und gebügelt jeden Tag für euch bereit liegen, ohne einen Finger zu krümmen. Gut, los geht's! Nicht selten hören wir von Fällen, wo unschuldige Menschen verhaftet und eingesperrt und trotz fehlender Beweislast für schuldig befunden werden. Aber wie kommen solche Fehlurteile zustande? Nun, solche Urteile wird es immer geben, solange Menschen darüber richten. Fehler passieren. Und nicht selten sind die Folgen daraus fatal. Im heutigen Fall spielen aber noch andere Dinge eine Rolle, vor denen wir nicht die Augen verschließen sollten. Aber macht euch doch am besten selbst euer Urteil. Es ist der 10. April 1993 gegen Mitternacht. Eine Gruppe von vier jungen Männern im Alter von 17 und 18 Jahren ist gerade auf dem Nachhauseweg von einer Hausparty, als sie ein Auto hinter sich hören, das sich der Gruppe nähert. Die Gegend ist nicht gerade als die sicherste in El Paso, Texas bekannt. Das Auto kommt zum Stillstand und die grellen Lichter der Scheinwerfer sind auf die Gruppe gerichtet, wodurch es ihnen unmöglich ist, etwas zu erkennen. Die Jungs sind angespannt, weil sie nicht wissen, was als nächstes kommt. Zu ihrer Erleichterung rollt das Auto wieder los und scheint weiter zu fahren. Was die Jungs nicht wissen ist, dass der Fahrer nur eine kleine Runde macht, um wieder auf derselben Straße in Richtung der Gruppe aufzutauchen. Dann passiert alles viel zu schnell. Während der Fahrt schießt jemand vom Rücksitz aus ganz plötzlich auf die Jungs, die panisch losrennen. Als einer der Jungs sich umdreht, sieht er, dass das Auto gestoppt und die Scheinwerfer ausgemacht wurden. Dann schreit jemand etwas Unverständliches auf Spanisch aus dem Fahrzeug, während weitere Schüsse fallen. Auf der Flucht hofft jeder Einzelne, dass alle davongekommen sind. Leider wird der 18-jährige Bobby von einer Kugel im Kopf getroffen und sackt leblos auf der Straße zusammen, wo er seinen Verletzungen erliegt. Der 17-jährige Armando wird in der Brust getroffen, schafft es aber noch ca. 100 Meter weiter zu laufen, in einen Vorgarten, wo er dann ebenfalls leblos zusammenbricht. Die Bewohner dieses Hauses werden durch die 5 bis 6 Schüsse aufmerksam und entdecken Armando dann im Gras liegend. Sie rufen sofort die Polizei. Die beiden überlebenden Jungs, Juan und Jessie, die auf der Flucht dafür beteten, dass keiner getroffen wurde, kommt zum Tatort zurückgelaufen, als die Polizei schon vor Ort ist. Als sie erfahren, dass es ihre beiden Freunde nicht geschafft haben, fühlen sie sich wie in einem Albtraum, aus dem sie nicht wach werden. Wer im Auto saß und, noch viel wichtiger, wer die tödlichen Schüsse abfeuerte, ist zu diesem Zeitpunkt völlig unklar, so auch das Motiv. Klar, die Jugendlichen in dieser Gegend haben ihre Schwierigkeiten miteinander, da verschiedene Gangmitglieder des öfteren Mal aneinander geraten. Allerdings war niemandem ein akuter Streit bekannt. Außerdem waren die Jungs nicht für Gangmitgliedschaften oder anderen Ärger bekannt. Sie waren gute Kids und fleißige Schüler, die einfach nur von einer Party nach Hause wollten. Juan und Jessie können kaum Angaben zu dem Fahrzeug machen. Das Einzige, woran sie sich erinnern, ist, dass es rötlich oder braun war und es sich um einen Geländewagen gehandelt hat. Der Ermittler Alfonso Marquez übernimmt den Fall und diese Tatsache wird noch eine große Rolle in diesem Fall spielen. Marquez ist dafür bekannt, knallhart und sehr ehrgeizig zu sein. Er löst einfach jeden Fall, da er praktisch jeden Täter zum Geständnis führt. Ob er das nun mit fairen oder unfairen Mitteln macht, werden wir bald herausfinden. Jedenfalls beginnt er mit den Untersuchungen zu diesem Fall. Drei Tage nach der schrecklichen Tat geht ein anonymer Tipp bei der Polizei ein, der dazu führt, dass Marquez einen 15-jährigen Jungen namens Michael vorläufig festnimmt und ihn zur Tat befragt. Michael wird in einem Verhörraum mit Handschellen an einem Stuhl fixiert und für ganze acht Stunden von Marquez verbal maltretiert, obwohl keine Beweise existieren. Marquez redet ihm ein, dass er von einem engen Freund längst schon verpfiffen wurde und dass er gestehen soll. So könne er der Todesstrafe entkommen. Zusätzlich macht er dem Jungen Angst damit, dass er dafür sorgen würde, dass er den anderen Gefängnisinsassen als, ich nenn's mal, Frischfleisch freigegeben wird, wenn er nicht gesteht. Wir sehen also, dass Marquez ohne jegliche Beweise trotzdem eine extreme Vorgehensweise an den Tag legt. Ob ihm besonders wichtig ist, den wahren Täter zu finden, oder er stattdessen einfach nur seinen Ruf des genialen Ermittlers wahren möchte, ist jetzt herauszufinden. Schreibt mir gern mal eure Meinung in die Kommentare. Ich meine, wir sprechen hier von einem 15-Jährigen. Wie viel stahlharte Nerven besitzt ein Kind in diesem Alter? Michael jedenfalls knickt irgendwann unter dem Druck ein und stimmt dem Ermittler gezwungenermaßen zu, die beiden Jungs umgebracht zu haben. Allerdings wird er wegen fehlender Beweislast nie dafür angeklagt und später erkennt Marquez an, dass das Geständnis wohl ein falsches war. Einige Zeit später findet ein Telefonat zwischen Daniel Villegas, um den es in diesem Video geht, und seinem Cousin David statt. Die beiden wollten eigentlich nur das Wochenende planen und reden Blödsinn am Telefon, als sie auf die kurz zuvor geschehene Tat umschwenken und sich darüber unterhalten, da sie viel davon in den Medien und lokalen Zeitungen mitbekommen haben. Während diesem Telefonat sagt der 16-jährige Daniel angeblich völlig unüberlegt und vermutlich nur um Eindruck zu schinden, dass er die beiden Jungs erschossen hat. Zugegeben, nicht sehr schlau von ihm. Aber Daniel Villegas ist für seine erfundenen Storys und übertrieben dargestellten Erzählungen bekannt. Aus diesem Grund wird Daniel für die Aussage nicht wirklich von seinem Cousin David ernst genommen. David glaubt ihm kein Wort und geht nicht weiter auf das Thema ein. Elf Tage nach der Tat bekommt David allerdings Besuch von dem gefürchteten Ermittler Marquez, der ihn unter dem Vorwand, er bräuchte nur ein paar Aussagen von ihm, mit aufs Revier nimmt. David hat ein paar krumme, aber harmlose Dinge am Laufen und ist sich sicher, dass er deshalb verhört wird. Allerdings beginnt Marquez die Vernehmung mit den Worten, ich weiß, dass du die beiden Jungs erschossen hast. Todeserschrocken blickt David ihn an und gerät in Panik, da er nichts mit der Tat zu tun hat. Aber auch ihm bleibt es nicht erspart, brutal vernommen zu werden. Also erwähnt er irgendwann, dass sein Cousin Daniel kürzlich erzählt hätte, dass er der Täter sei. David sagt aber fairerweise auch sofort, dass er dieser Geschichte keinen Glauben schenkt. Er behauptet, dass sein Cousin Daniel solche Dinge immer nur behaupten würde, um cool und tough rüber zu kommen. Für Marquez aber natürlich ein gefundenes Fressen. Er macht sich sofort auf den Weg zu Daniel. Es ist spät am Abend, als Daniel in seinem Zuhause in Handschellen abgeführt wird. Seine Mutter ruft ihm noch hinterher, dass er, egal was passiert, nichts zu den Anschuldigungen sagen soll. Er soll einfach kein Wort sagen, bis sie einen Anwalt besorgt. Am nächsten Morgen macht sich die Familie von Daniel auf den Weg zur Polizei, um ihren Sohn abzuholen. Dort angekommen müssen sie erfahren, dass Daniel nicht wieder nach Hause darf. Der Grund sei sein Geständnis, das er abgelegt hat. Was sein Geständnis für Folgen haben wird, weiß Daniel zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Dass die Details seines Geständnisses mit dem eigentlichen Tathergang nicht übereinstimmten, scheint niemanden zu interessieren, beziehungsweise geht leider unter. Es existieren keinerlei Beweise für die Tat und Daniel hat ein eigentlich sicheres Alibi für die besagte Nacht. Er war die ganze Nacht beim Babysitten, gemeinsam mit einem Freund. Ich schätze, er passte auf seine Schwester auf, aber das weiß ich nicht genau. Nur ein paar Stunden nach seinem Geständnis zieht Daniel alles zurück und behauptet einem Jugendarbeiter gegenüber, dass alles eine Lüge ist. Auch seiner Mutter ist es kurz erlaubt, mit ihm zu sprechen. Ihr erzählt er ebenfalls, dass er diese Tat nie begangen hat und dass Marquez ihn im Verhörraum auf brutalste Weise zum Geständnis gezogen hat. Er berichtet, dass er den Raum betrat und alle Anwesenden verließen ihn, bis auf Marquez. Das Verhör zog sich über die gesamte Nacht und Daniel sagt, dass er nicht nur angeschrien und eingeschüchtert, sondern auch von Marquez mehrfach geohrfeigt wurde. Ihm wurde regelrecht vorgesagt, wie er seine Sätze formulieren soll. Marquez saß vor ihm und tippte den Tathergang in seinen eigenen Worten ab, während er sich immer wieder eine Bestätigung von Daniel erzwang. Wenn Daniel etwas sagte, das nicht in die Story von Marquez passte, knüllte er wütend das Papier zusammen, warf es in Daniels Richtung und schrie, wir fangen so oft neu an, bis du nicht mehr lügst. Er stand auf, schlug Daniel ins Gesicht und drohte ihm. Ich weiß, dass du kleiner Penner diese Jungs erschossen hast und wenn du nicht endlich die Wahrheit sagst und weiter meine Zeit verschwendest, dann werde ich dich in die Wüste bringen, dich dort an mein Auto fesseln, dich vermöbeln, dich den ganzen Weg zurücklaufen lassen. Dann werde ich dich wieder auflesen, wieder vermöbeln und dich den Häftlingen zum Fraß vorwerfen. Er beleidigte Daniel über Stunden hinweg, die ganze Nacht, bis zum nächsten Morgen. Er redete Daniel ein, dass er sowieso keine hohe Strafe bekommen würde, wenn er gestehen würde, weil er noch minderjährig ist. Marquez sagte, dass er dafür sorgen würde, dass er auf den elektrischen Stuhl kommt, wenn er jetzt nicht kooperiert. Müde und ängstlich von dieser Tortur resigniert Daniel völlig und stimmt aus Angst allem zu. Marquez tippt folgendes, du und drei andere Jungs, seid doch diese Straße entlang gefahren. Dann blickt er fordernd zu Daniel und fragt, stimmt's? Daniel bejaht teilnahmslos. Dann habt ihr diese vier Jungs dort laufen gesehen, stimmt's? Wieder ein müdes Ja von Daniel. Und so entstand die komplette angebliche Aussage, laut Daniel. Dann muss er unterschreiben. Seine Unterschrift auf diesem Papier macht es ihm zu dieser Zeit kaum möglich, einer Anklage zu entkommen. Seinem Alibi wird keine Beachtung geschenkt und es geht komplett unter. Dennoch versucht seine Familie ihr Bestmöglichstes, um Daniel vor Gericht zu unterstützen und daraus zu holen. Sie kratzen ihre letzten Ersparnisse zusammen und leihen sich sogar zusätzlich Geld, um ihm einen Anwalt zu besorgen, der ihn hoffentlich gut vertritt. Die Familie schafft es irgendwie, circa 10.000 Dollar zusammen zu bekommen. Im Dezember 1994 beginnt die gefürchtete Verhandlung vor einem geschworenen Gericht. Daniels Anwalt ruft insgesamt 18 Personen in den Zeugenstand, was beweist, dass er seine Arbeit ehrgeizig macht. Unter diesen Zeugen sind einige, die behaupten, Daniel kann auf keinen Fall der Täter sein, da sie zum Teil mit ihm zusammen waren, als es passierte. Sie liefern ihm also ein sicheres Alibi. Andere Zeugen sagen, dass Daniel niemals zu so einer Tat fähig sei. Leider lassen sich die Geschworenen nicht wirklich davon überzeugen, da sein unterschriebenes Geständnis mehr Gewicht in ihren Augen hat. Zwölf Geschworene kommen zu dem Entschluss, dass Daniel für den Mord an Bobby und Armando schuldig ist. Daniel und sein Anwalt gehen, für mein Verständnis in Berufung und fordern eine zweite Verhandlung. Da Daniels Eltern aber immer noch den ersten Anwalt mühsam abbezahlen, wird ihm ein neuer Anwalt gestellt, was meistens nachteilig ist. Zumal sein zweiter Anwalt nur insgesamt 60 Tage hatte, um sich mit dem Fall auseinanderzusetzen. Dieser ruft, im Gegensatz zum ersten Anwalt, nur eine einzige Person in den Zeugenstand. Obwohl auch dieser Anwalt der Meinung ist, dass Daniel ohne einen einzigen Beweis nicht für schuldig befunden werden kann, ist es in Texas leider so, dass ein Geständnis auch ohne Beweise zählt. Am 24. März 1995 wird Daniel erneut für schuldig befunden und erhält eine Strafe von zweimal lebenslänglich. Er entkommt der Todesstrafe aufgrund seines Alters. Sein Cousin David fühlt sich schrecklich und verantwortlich dafür, dass er Daniels Namen damals bei Marquez erwähnte. Doch nun ist alles zu spät. Daniel wird nach dem Urteil sofort abgeführt und darf sich nicht mal mehr bei seiner anwesenden Familie verabschieden. Er beteuert immer wieder, dass er unschuldig ist, aber außer seiner Familie glaubt ihm niemand. Wer würde etwas so Schreckliches gestehen, obwohl er es nicht getan hat? Ich gebe zu, seine Chancen standen dadurch von Anfang an wirklich schlecht. Die ganze Familie leidet unfassbar unter dem Urteil und der Tatsache, dass Daniel nun auf ewig im Gefängnis sitzt. Daniel selbst blickt nun mit seinen 18 Jahren einem Gefängnisleben entgegen. Er wird nie einen Beruf erlernen, nie wieder mit seinen Freunden etwas unternehmen. Daniel wird den Prozess des Erwachsenwerdens hinter Gittern durchmachen. Keine eigene Familie, kein wirklicher Lebensinhalt. Und das alles nur, weil er einen wirklich dummen Satz gesagt hat und beim Verhör eingeknickt ist. Die USA ist Spitzenreiter, was Verhaftung angeht. Kein Land sperrt so viele Menschen ein. Die Fehlerquote ist dabei sehr hoch. Allein bei den Todesstrafen sind circa 4% unschuldig. Auch bekannt als das Land der unbegrenzten Justiz-Irrtümer. Aber auch in Deutschland ist circa jedes vierte Strafurteil ein Fehlurteil laut dem BGH-Richter Reif E. Eine Statistik dazu gibt es allerdings nicht. Ihr könnt euch also vorstellen, wie hoch die Fehlerquote in den USA ist. Und wir sprechen hier noch nicht mal von der Dunkelziffer oder von korrupten Ergebnissen. Das 1982 gegründete Projekt namens Innocence Project macht es sich zur Aufgabe, unschuldig Inhaftierten eine Chance zu geben, ihre Fälle neu aufzurollen. So kann man seinen Fall dort einreichen und mit viel Glück und viel Arbeit erreicht das Innocence Project einen Freispruch. Es ist mittlerweile auch in anderen Ländern vertreten, wie zum Beispiel Italien oder England. So soll die Fehlerquote im besten Fall verringert werden. Wir kommen zu einer wichtigen Person namens Lucy, Daniels Schwägerin. Lucy hat drei Töchter mit Daniels Bruder. Ihre Beziehung hält aber nicht und die beiden trennen sich. Der Kontakt bleibt aber immer bestehen und Lucy besucht regelmäßig die Familie Villegas, alleine schon, damit ihre Töchter die Großeltern sehen können. Im Jahr 2005 lernt sie ihren neuen Partner namens John Mubella kennen. Sie nimmt ihn sehr bald mit, wenn sie ihre Ex-Schwiegerleute besucht. Als John die Familie kennenlernt, fällt ihm sehr schnell auf, dass viel Trauer und Tränen im Haus existieren. Er spricht Daniels Mutter darauf an und sie erzählt ihm von der lebenslangen Haftstrafe ihres Sohnes. John hört sich in Ruhe alle Fakten an und ist sich insgeheim eigentlich sicher, dass Daniel diese Tat begangen haben muss, denn wer würde so etwas gestehen? Außerdem vertraut John zu diesem Zeitpunkt noch dem System und geht davon aus, dass das Urteil richtig sein muss. John Mubella ist ein Unternehmer, der im kleinen Familienbetrieb angefangen hat und über die Zeit durch seinen Ehrgeiz sehr erfolgreich damit wurde. Seine Einstellung ist folgende. John fragt die Familie, ob er sich mit Daniels Fall auseinandersetzen darf, um zu schauen, was er eventuell für ihn tun könnte. Er bekommt alle Akten, die zu diesem Fall existieren und setzt sich entschlossen damit hin, um sich haargenau alles anzusehen. Er möchte, dass kein einziges Detail untergeht. Nach circa zwei Monaten seiner Recherche besucht er Daniel im Gefängnis, um ihn persönlich kennenzulernen und seine Seite der Geschichte von ihm selbst zu hören. Daniel erklärt John, wie er in jener Nacht von Marquez verhört wurde. Nach diesem Gespräch ist für John erstmals nachvollziehbar, wie so ein falsches Geständnis zustande kommen kann. Das sind schließlich Situationen, an die niemand wirklich denkt, bevor man sich nicht damit befasst. Daniel versuchte während seiner Haft mehrfach eine neue Verhandlung zu bekommen, wurde aber immer wieder abgelehnt. John verspricht Daniel nach diesem Gespräch, dass er hundertprozentig hinter ihm steht und sein Bestes versuchen wird, um ihm zu helfen. Er sagt, es spielt keine Rolle, was es kosten wird und was wir durchmachen müssen. Ich verspreche, ich bin jetzt da. Und Leute, ein Mann, ein Wort. John Mbella kämpft ab diesem Tag unermüdlich für Daniels Gerechtigkeit. Daniel spürt zum ersten Mal nach 16 Jahren im Gefängnis eine Hoffnung und eine Sicherheit, die ihm so sehr gefehlt hat. John engagiert in der Zwischenzeit einen Privatermittler und ist fest entschlossen, die hohen Kosten dafür zu übernehmen. Zusammen mit dem Ermittler geht er jedes kleinste Detail und jeden Zeugen des Falles durch. Dadurch landen sie bei einem der wichtigsten Zeugen für diesen Fall. Jesse Hernandez, einer der beiden Überlebenden in diesem Fall. Jesse versuchte, nachdem seine beiden Freunde in jener Nacht ermordet wurden, ein einigermaßen normales Leben zu führen. Eines Tages stehen John und sein Ermittler vor Jesses Haustür und bitten ihn um ein Gespräch, was Jesse sehr überraschte. Er wollte sich offensichtlich nie wieder mit dieser traumatischen Nacht befassen und ist sehr berührt, als er hört, worum es den beiden geht. Trotzdem lässt er sie rein und setzt sich mit ihnen hin. Er wird gefragt, ob er glaubt, dass Daniel der wahre Täter sei. Jesse antwortet, dass er nun mal für schuldig befunden wurde und das ist alles, was er glaubt. John bohrt aber tiefer. Er fragt Jesse, ob er wüsste, dass das Urteil ohne jegliches Beweismaterial gefällt wurde. Weder das beschriebene Auto wurde jemals gefunden, noch die Tatwaffe. Jesse wird hellhörig und fragt verwirrt, wie es denn dann zu diesem Urteil kam und so kommen die drei tiefer ins Gespräch. John händigt ihm dann eine Kopie von Daniels unterschriebenem Geständnis aus, damit Jesse sich die Aussage durchliest. Nach kurzer Zeit sagt dieser, dass das, was da steht, so gar nicht passiert ist. Laut Daniels Aussage, von der wir ja wissen, dass sie eigentlich von dem fragwürdigen Ermittler Marquez formuliert wurde, fuhr er mit einem kleinen weißen Fahrzeug, während er auf die Opfer schoss. Jesse weiß aber hundertprozentig, dass das Auto ein dunkler Geländewagen war. Auch die Richtungen und Abläufe, wie sie im Geständnis stehen, stimmen laut Jesse, der ja in dieser Nacht anwesend war, nicht überein. Marquez hat bei seinen Formulierungen wohl ein bisschen geschlampt. Weiter kommt bei diesem Gespräch ans Tageslicht, dass Jesse in der Tatnacht auch von Marquez vernommen wurde. Und ihm kommt die aggressive Taktik, die Daniel beschreibt, sehr bekannt vor. Er sagt, dass Marquez zuerst ihn in dieser Nacht beschuldigte, seine Freunde selbst erschossen zu haben und er ging bei diesem Verhör genauso brutal vor wie bei Daniel. Sein Glück war, dass seine Mutter das Ganze unterbrach und Marquez damit drohte, gegen ihn und alle Beteiligten vorzugehen, wenn er nicht mit dieser aggressiven Befragung aufhört. Seitdem hat Jesse nie wieder etwas von Marquez gehört. Mit diesen Aussagen ist es an der Zeit, den Fall vor Gericht neu aufzurollen. Und sie bekommen tatsächlich die Chance dazu. In dieser Zeit lernt Daniel seine spätere Frau kennen, die ihm Briefe schreibt, nachdem sie Kontakt zu seiner Familie aufnimmt. Die beiden verlieben sich quasi im Gefängnis. Ab diesem Zeitpunkt unterstützt sie Daniel ebenfalls unermüdlich, obwohl sie nie davon ausgehen kann, dass er jemals freigelassen wird. Der Richter Sam Medrano fordert tatsächlich eine Anhörung an, wo er sich zunächst alle Fakten und Zeugen anschaut, darunter auch Daniels Aussage. Diese Anhörung zieht sich über sechs Monate hin, obwohl dafür lediglich drei Tage eingeplant waren. 2014 dann der erlösende Moment. Der Richter genehmigt Daniels Antrag und er bekommt endlich einen Termin zur Mai-Verhandlung. John Mimbella engagiert dafür, den besten Anwalt weit und breit. Joe Spencer wird hochgelobt und hat ein verdientes Ansehen in seinem Gebiet. Als dieser sich den Fall anschaut, gibt er John eine ernüchternd kleine Chance von 0 bis 5% höchstens. Und trotzdem kämpft John unermüdlich dafür, diesen Anwalt von Daniels Unschuld zu überzeugen und dass er es unbedingt versuchen muss, womit er schlussendlich erfolgreich ist. Joe Spencer übernimmt den Fall und leitet alles dafür Nötige in die Wege. In der Zwischenzeit wird Daniel vorläufig auf Kaution freigelassen, die zunächst auf 50.000 Dollar festgelegt wurde, sich allerdings mit 1.000 Dollar regeln ließ, die Daniels jahrelange Unterstützer für ihn bezahlte. Zwar ist das ein Schritt in Richtung Ziel, aber geschafft ist damit noch nichts. Daniel muss ja auch erst mal unschuldig sein. Der neue Gerichtstermin soll noch Jahre auf sich warten lassen. In dieser Zeit heiratet Daniel seine Amanda und die beiden werden Eltern. Daniel bekommt eine Stelle in Johns Baufirma und kann somit zunächst mal für sich selbst und seine Familie sorgen. Aber die Angst setzt den beiden immer im Nacken, obwohl Daniel versucht optimistisch zu sein. Bevor die Verhandlung startet, gelingt Daniels Anwalt ein weiterer Erfolg. Er erreicht, dass das unterschriebene, jedoch erzwungene Geständnis vom damals minderjährigen Daniel als ungültig angesehen wird. Dieses Mal soll alles mit rechten Dingen zugehen. Je näher die Verhandlung kommt, umso mehr Initiative zeigt John, indem er große Plakate überall in der Stadt aufstellen lässt und selbst mit kleinen Plakaten vor dem Gerichtssaal umherläuft, auf denen Dinge stehen wie Gerechtigkeit für Daniel Villegas. Schon ein Genie, denn er weiß genau, was er tut. Jeder wird somit aufmerksam auf diesen Fall und die Presse ist zahlreich vor Ort. Aufmerksamkeit ist wichtig, jeder soll mitbekommen, was mit Daniel passierte, um den Druck auf die Justiz zu erhöhen. Der 2. Oktober 2018 soll der neue Tag 1 vor Gericht sein, der live ausgestrahlt und von der gesamten Stadt und noch weiter gespannt verfolgt wird. Noch nie zuvor gab es mehr Aufsehen für einen Fall in dieser Stadt. Dieses Mal werden alle Zeugen von früher in den Zeugenstand gerufen. Nur sind nun alle erwachsen und gestandene Männer und sie alle erklären sich dazu bereit, Daniel zu unterstützen. Selbst Jesse Hernandez sagt für den Angeklagten aus, obwohl es seine Freunde waren, die in dieser Nacht sterben mussten. Jeder Einzelne, und das ist sehr wichtig in diesem Fall, sagt über seine eigene Erfahrung mit dem gefürchteten Ermittler Marquez aus, der übrigens selbstverständlich alle Anschuldigungen von sich weist. Laut ihm sei das alles nie passiert. Am 10. Oktober erscheint Daniel mit John und seinem Anwalt angespannt vor Gericht, um das Urteil zu erfahren. Daniels Familie ist anwesend, Freunde sind anwesend, der Saal ist bis auf den letzten Platz belegt. Während der Richter spricht, scheint Daniel fast in sich zusammenzubrechen vor Aufregung. Er kann seine Tränen kaum zurückhalten, die in diesem Moment noch absolute Angstdrehen sind. Das ist seine dritte Verhandlung, in der er versucht, seine Unschuld zu beweisen. Fast 20 Jahre seines Lebens saß er hinter Gittern. Dieser Moment wird über sein weiteres Leben entscheiden. Man kann eindeutig sehen, wie viel sich gerade in seinem Kopf abspielt. Als würde er sein Leben im Gefängnis noch mal Revue passieren lassen. All die Hoffnung und Ängste, die ihn jahrelang nicht losließen. Was, wenn er keinen Freispruch erhält, dann wird er seine Familie alleine lassen müssen. Die Situation ist nervenaufreibend nach fast 23 Jahren als verurteilter Mörder. Aber schaut selbst. Die court does find that the verdict is in proper form. If the defendant will please stand. In the District Court of El Paso County, Texas, 409th Judicial District, the State of Texas v. Daniel Villegas, number 94-0-D-093-2-8. Verdict Form B. We, the jury, find the defendant Daniel Villegas not guilty of . Ladies and gentlemen, is this your verdict? Is it unanimous verdict? Does anybody wish to have the jury poll? There has been a request that the jury be polled so that I can ensure that it is your individual verdict? juror 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 one Mr. Is this your verdict? Juror number two Mr. Flores is this your verdict? Juror number three Ms. Rocha is this your verdict? Juror number four Mr. Contreras is this your verdict? Juror number five Mr. Miranda is this your verdict? Ms. Gonzalez is this your verdict? Juror number nine Mr. Hunt is this your verdict? Juror number ten is this your verdict? Juror number eleven Ms. Bloom is this your verdict? Juror number twelve Ms. Estebania is this your verdict? The court does find this to be the verdict of the jury and will be accepted as such. Ladies and gentlemen of the jury panel you have been under many instructions since you've been with me at the beginning of this week you probably know him as well as I do today auf ewig dankbar sein wird für seinen knallharten Einsatz. Ohne John hätte Daniel vermutlich nie eine Chance gehabt. John, der Mann, der aus Zufall zu diesem Fall kam, weil er Daniels Ex-Schwägerin heiratete. Verrückt. So ihr Lieben, ich hoffe euch hat der Fall genauso berührt wie mich. Schreibt mir gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Glaubt ihr an das falsche Geständnis? Verständnis oder ist hier ein Mörder auf freiem Fuß? Ihr Lieben, bis zum nächsten Mal.